Also bei 9 Wachen, noch 2 Kammerdiener dazu, um das ein wenig weniger zu wutisieren. Also 9 Wachen, 2 Kammerdiener, wir brauchen eigentlich 8 Wachen. Da kommt eine Wache noch dazu. So, also wir stehen in den Eiffelturm, wir stehen in die Bundeslade. Die Mumie erstmal nicht. Das haben wir hier unten entdeckt. Irgendwas eingefrorenes, die aus der Kälte kam. Braucht auch Techniker. Aber auch allgemein viel mehr Techniker. Das Ding da können wir ignorieren. Das ist genau so wie diese komischen Kammerdiener, die wir auch immer wieder entführen könnten. Den Söldner fangen. Oh, das könnte ein Handlanger sein. 4 Arbeiter, eine Wache. Dieser Mann hat seit über 10 Jahren für keine bekannte Institution mehr gearbeitet. Nur Geld ist ihm wichtig. Es sollte daher leichter sein, ihn für unsere Sache anzufeuern. Um ihn dann zu hintergehen, gefangen zu nehmen und zu verhören, bis er uns seine Kampffertigkeiten preisgibt. Oh, das könnten neue Bedienstete sein. Sehr schön. 4 Arbeiter, eine Wache. 1, 2, 3, 4, 5 und 2 Wachen. Und ein Kammerdiener. Oh, wir haben gleich richtig schön viel zu tun. Ja, ja, ja. Wir gucken auch mal kurz wieder in die Basis rein. Rote Punkte überall. Aber in keinem wichtigen Gebiet. Sie werden alle gleich verwirrt. Und ich finde es komisch, dass sie nicht anfangen zu schießen. Ich meine, die sind richtig wütend, wenn man das hier richtig deutet mit dem Kreis. Trotzdem kommt da nichts. Ja, hier ist unsere Kantine. Mit dem Perser-Teppich und der Ming-Vase. Na? Und so. Die Dinger werden auch gleich aufgestellt. Können wir jetzt forschen? Oh ja, Sicherheitstür. Forschung läuft? Nein. Da müssen mehrere Gegner, Gegenstände da reinstellen. Wie kann ich denn... Okay, ich lasse jetzt einfach mal so stehen und gucke, ob irgendwas passiert. Eine Stechuhr sollten wir vielleicht noch bauen. Äh, es gibt keine Stechuhr für das Wissenschaftslabor. Wissenschaftler halten sich nicht an sowas, hm? Sicherheitstür wurde umgangen. War gut. Äh... Wir bräuchten eigentlich mehr davon. Dich verschieben wir mal. Erstmal mitten in den Raum und danach da hin. Und die... Können wir eigentlich abreißen. 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 So schnell brauchen wir machen ja auch nicht. So. Dann kommt hier noch so eine Tafel hin. Ja, der Raum braucht echt viel Platz. Vielleicht hätten wir auch einfach nur bei dem Erstellen des Raums so eine kleine Wand hier stehen lassen sollen. Dann hätten wir von beiden Seiten eine Tafel ranpappen können. Aber ja, alles auf der nächsten Insel. So, Waffenkammern sind soweit okay. Bis auf dieses neue Ding. Das fehlt noch. Warum laufen die beiden eigentlich immer zusammen rum? Ist ja komisch. Oh, na gut. Noch irgendwo was im Umrein. Wer bist denn du? Ein außergewöhnlicher Einbrecher. Verwirren. Der Rest hat... Warum liegst du auf dem Boden? Hm. Ich war aber nur müde. Okay. Weltkarte. Ja, das ging ja schnell. Nein, nicht die Techniker. Egal, ich finde genau die Sachen an, die wir gerade brauchen. Okay, Pause. Wir haben zwei Kammerdiener, neun Wachen. Und wir brauchen acht Wachen. Los. Wie schaut es bei dem Eiffelturm aus? Wir brauchen vier, vier. Ja, haben wir vier. Na gut, Risiko ist null. Probieren wir auch mal. So. Njam, njam, njam. Hier unten konnten wir nicht. Hier hatten wir noch was. Genau. Wir haben vier Arbeiter. Wir brauchen vier Arbeiter. Wir haben eine Wache. Ne, wir brauchen eine Wache. Wir haben zwei Wachen. Los. So. Gucken wir mal, ob das alles so klappt. Aber wenn nicht, dann schicken wir einfach neue Lungs los. Das passt schon. Ansonsten haben wir nirgendwo welche, ne? Nur bei den drei Missionen sind gerade Leute von uns. Sehr gut. Raus hier. Und warum blinkst du? Oh, wir haben jetzt zwei Sachen. Ich verstehe das immer noch nicht. Also wir wählen eins davon aus, dann kommt es hier in die Mitte und die Ergebnisse sehen anders aus. Aber es passiert nichts. Ach, Leistungsansporn. Da ist gerade jemand gestorben. Ähm. Wir können auch kein Geld hierhin transferieren. Ah, das Ding auswählen. Okay. Wir erforschen jetzt mit dem Laser Türen. Forschung läuft. Wir erforschen jetzt Kameras mit dem Laser. Forschung läuft. Und wie mache ich jetzt mehr Geld da hinten? Das ist sehr verwirrend. Oh gut, die machen jetzt wohl irgendwie irgendwas. Ich habe gerade Schüsse gehört. Ja. Unsere Leute sterben wieder. Ist nicht gut. Aber wo waren die Schüsse? Oh. Was ist mit dir passiert? Einer von euch hat auf ihn geschossen, oder? Gib's zu. Oh. Der Bläuling. Aber warum? Na gut. Alles Erfahrungspunkte. Und da hält ja gut was aus. Was machst du gerade? Ich erschlage ihre Feindnisse. Ach so. Ich sollte ihn dabei nicht ablenken. Du kannst dich ruhig wehren. Hä? Komm schon. Komischer Kauz. Kane. Kane. Geh mal helfen. Der ist da ein bisschen komisch. So. Noch irgendwelche roten Punkte. Ja. Da zum Beispiel. Der hat keinen Tag. Klick. Ah. Der ist auch tierisch wütend. Der müsste eigentlich auch sterben. Es sind schon wieder zu viele Leichensäcke da. Also müssten eigentlich alle sterben, die hier drin sind. Das ist nicht gut. Wollen wir dich rauslassen? Äh. Nö. Wollen wir nicht. Jetzt wäre es noch aus. Ja. Schaut gut aus. So. Die brauchen auch noch alle einen Tag. Verwirren. Äh. Das sind auch Soldaten. Ich habe gerade mit dem Gedanken gespielt, einfach die Türen jetzt auf 3er Türen zu stellen. Damit keiner von uns da durchgeht und sie reinlässt. Solange bis wir hier drinnen alle Leichensäcke weggeschafft haben. Also einmal quasi rein Haus gemacht haben. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Also Tür. Drei. Ja. Unsere Bediensteten können keine Tresor haben erreichen. Und so weiter. Und so weiter. Äh. Stimmt, da war was. Wenn ich was blockiere, dann sprengen die sich irgendwann rein. Na gut. Dann müssen wir halt hoffen, dass es lange genug dauert, mit dem reinkommen, bis die Leichensäcke weg sind. So. Was machst du da? Du schmeißt technische Sachen auf den Boden. Das ist nicht gut. Habt ihr Wut? Naja, habt ihr, aber ihr werdet nach und nach verwirrt. Haben wir genug Platz für Leichensäcke? Oh, wird knapp. Wird knapp. Obwohl der, der ist noch ganz leer. Okay. Was sagt die Weltkarte? Alle Missionen sind im Gange. Nirgendwo stirbt einer. Jedenfalls nicht sehr häufig. Oh, bitte was Neues. Ha. Wir können die gestohlenen Sachen auch erforschen. Oh, sehr schick. Ich sehe irgendwie kein Portrait. Deswegen packe ich jetzt mal nicht alles dazu. Die sollen erstmal das ja zu Ende erforschen. Und ich höre Schüsse. Ah. Wo kam das her? Oh, du warst das. Kane. Du bist hier. Du mach mal Leute zu dir hinrufen. Und dann bringen wir die ganzen Wachen auf. Und zwar Psychoterror. Psychoterror. Und wir haben den Eiffelturm geklaut. Sehr schön. Ja, das sind wir. Genau. Wir haben den Eiffelturm geklaut. Das ist vollkommen richtig. So, Dreiertür. Dreiertür. So schnell wird sich schon keiner hier reinspringen. Äh, ich habe das gerade hochgestellt, Jungs. Warum? Okay, also wenn Türen offen sind, kann man sie wohl nicht umstellen, um sie zu schließen. Das ist doof. So, du töten, Tech. Du töte den. Das ist ein Tourist. Und den Söltner haben wir auch gefangen. Alles gut. Ja, liegen über Leichensäcke rum, aber sie werden verwirrt. Schuhe werden wir kurz zum Schonklin wieder. Oh, feier. Ist der Soldat jetzt endlich tot? Ja, mit einer Hotel-Lobby. Oh, feier. Und da kommen wieder Gegner. Ja, komm. Wir haben jetzt ein, zwei Missionen schon geschafft. Dann sollten wir sofort unsere Leute abziehen und ein wenig Gras über die Sache wachsen lassen. Das ist mit der Wut momentan nicht ganz so toll. Dass Dutzende von Agenten überall rumtouren. So. Dich auch noch. Ihr seid noch am werkeln, richtig? Richtig. Die Bundeslade fehlt noch. Eine Minute dreißig. Okay. So, mehr rote Punkte. Du kriegst Schaden und die Natur gehört. Ist das okay? Ja, doch. So weit gut. Zoom-Objektiv für die Kamera. Okay. So hat es gerade für ein naturmisches Geräusch. Oh, neue Generatoren. Das klingt doch gut. Los. Und los. Das gibt es ja wohl irgendwie nicht so wirklich einen Fortschritts-Bike. Die werden irgendwann nacheinander abgearbeitet. Und ich kann nur noch kein Geld rein investieren. Und warum kann ich nur den Laser benutzen und nicht den Ding herziehen? Die Zentrifuge. Der Eiffelturm. Der Eiffelturm kommt... Hier hin. Jetzt haben wir sie verdient. Genau, das Ding da würde ich gerne benutzen. Oh, die Forschungsmaschine ist quasi der Grundstock. Die erforscht gar nicht selber irgendwas. Die ist einfach nur benötigt für alle anderen Sachen. Also für den Laser zum Beispiel. Wenn wir später noch irgendwelche anderen Maschinen bauen, dann können wir auch andere Sachen erforschen. Okay. Was macht der Eiffelturm? Ja, ja. Die haben alle Angst vor uns. So, wir haben das erste Super-Dings. Erste Super-Beuter-Atefakt bekommen. Sie brauchen drei weitere. Und die Bundeslade haben wir auch gerade geklaut. Also haben wir schon zwei. Geht ja ziemlich schnell. Und was machst du? Außer 25. 20. Wut. Ah, immer nur Beute. Okay. Er bringt bestimmt auch irgendwelche Boni. Die Frage ist nur, ob das aktive oder passive sind. Also ob Leute sich da ranstellen müssen oder ob es durchgehend was bringt. Aber anstatt muss man sich ranstellen, sonst hätte er schon irgendwelche Pfeile nach oben bekommen. Sucht nach Forschungspotenzial. Am Eiffelturm. Jo, sicherlich. Wo ist die Bundeslade? Ich hätte gerne die Bundeslade. Da ist die Bundeslade. Die Bundeslade. Nee. Guck mal hier. Schön weit hinten in der Basis. So, rote Punkte. Neue rote Punkte. Was haben wir da? Erbärmliche Einbrecher. Getaggt. Die haben wir alle schon getaggt. Hier ist was Neues. Schlechte Einbrecher. Wahrscheinlich, weil wir so viel gestohlen haben, kommen jetzt extrem viele von denen. Und Pampers-Saboteure. Jetzt müssten wir eigentlich alles soweit getaggt haben. Was sagt die Weltkarte? Bundeslade erfolgreich. Sehr gut. Die Jungs ziehen wir also auch alle ab. Dann haben wir keine, absolut keine Leute auf der Weltkarte. Richtig? Warnung! Feindliche Personen in Basis entdeckt. Sehr gut. Und jetzt warten wir, bis die Wut überall runter geht. Aber erstmal speichern, ja. Speichern. Da wurde sogar zwischenzeitlich mal ein richtiger Save angelegt. Also, dass die Emissionstil Nummer 4 erreicht. Ja, doch. Läuft soweit recht gut. Jetzt können wir jetzt mal die ganzen Sachen erforschen. Nach und nach diese Super-Artefakte klauen. Und diese 200 Bekanntheitsgrad, die kriegen wir, glaube ich, quasi hinterhergeworfen. Wir haben jetzt ja schon 130 oder so. Und wir haben nicht mal wirklich Aktiv-Missionen gemacht. Wir haben immer nur die gemacht, die uns gerade interessieren. Also ja, wir sehen uns gleich wieder.